Sie sind nicht parallel aufgesetzt, nicht ganz, deswegen vielleicht. So, jetzt geht's, das war sonst so schnell vielleicht. Kann auch sein. Das ist ja gar nicht so schnell, das hat nicht so viel Bremsen. Ja doch, eine bleibt doch wieder stehen. Oh, guck, der fängt doch wieder an zu laufen. Der eine, durch den Ruck von dem einen geht der andere wieder los.